hallo ihr lieben heute mal ein bisschen ernstere worte und kein auspack video und zwar wollte ich einfach nur mal drüber reden über die berater tätigkeit mit euch ich weiß es gibt also ein zwei mädels die total bock haben genau das gleiche wie ich zu machen sensi mit anderen also sensi zu verkaufen freunden und familie sensi zu zeigen und sich ein paar oder nebenbei zu verdienen die mädels dürfen mich sehr sehr gerne ansprechen und mit in mein team kommen mein team ist mittlerweile schon total bombastisch groß das freut mich super super doll hallo miche hallo kassi genau und ich unterstütze jede einzelne und ich mache und das mit ganz viel liebe und sorgfalt und versuche jeden dabei zu unterstützen in dem was er gerne möchte aber sagt ich möchte nur ein bisschen oder ich möchte ganz viel aber was irgendwie so ein bisschen doof ist wenn ihr schon eine beraterin habt hallo sarah hallo lena wenn ihr schon eine beraterin habt dann ist es quasi fair bei der auch einzusteigen das ist wir haben bei sensi keinen ehrenkodex aber ich finde tatsächlich also ich habe einen eigenen ehrenkodex so dass ich echt immer frage mensch hast du eine beraterin meistens wenn ich das vorher gewesen und dann freue ich mich umso mehr wenn jemand sich dazu entschließt in mein team zu kommen und sensi mitzumachen aber wenn nicht dann sage ich natürlich auch wer ist natürlich schön oder warum gibt es diese und diese möglichkeit oder warum möchtest du zu mir oder was total doof ist wenn zum beispiel mein kunde jemand anderen mit einer großen reichweite nimmt einfach nur weil er eine große reichweite hat und ja das ist schon schade das ärgert eine beraterin schon sehr und das ist echt echt richtig schade hallo christin hallo katty hallo nina zu viele heute abend genau darüber wollte ich einfach mit euch sprechen also wenn ihr auch gerne sensi verkaufen möchtet und sagt ich möchte ein zweites drittes oder erstes standbein haben ein paar euro nebenbei ein paar euro nebenbei verdienen möchtet ja dann meldet euch sehr sehr gerne das geht super super einfach über ein starter kit wo total tolle sachen im wert von viel 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 mehr geld drin sind und schon geht's los so bin ich auch nur angefangen also wirklich so so bin ich auch nur angefangen fand die sachen die produkte richtig geil ich habe es geliebt dass den anderen zu erzählen und wenn man so überzeugt ist dann ist es selbst redend quasi dann braucht man nicht großartig noch überzeugungsarbeit leisten genau also nur noch mal so für euch ich hoffe das war in ordnung dass ich auch mal so ein ernstes und ernsteres thema angesprochen habe und kein cooles auspack video wobei ich heute ausgepackt habe aber es war nicht so interessant deswegen dachte ich mensch da kann ich jetzt mal ein bisschen das mache ich jetzt mal allein heute aber ich weiß morgen kommt wieder paket morgen oder übermorgen kommt wieder ein paket an und dann nehme ich euch wieder mit genau ansonsten macht es gut und meldet euch sehr sehr gerne hallo hi genau einen schönen abend euch noch tschaui